Ich glaube die Regenrohr hat ja wieder erwischt und sonst. Mit meinen Blockbremsen geht im Regen auch nicht viel, komm. Ich lass dich vor ein bisschen, damit du auf Kamera bist. Mein Bruder Marcel mit seinem B-Twin. Hinter- und Frontfederung. Nicht schlecht. Im Notfall fragen wir jemanden. Okay, gib uns mal ein Update. Wo geht es jetzt hin, Bruder? Wie heißt der? Neckartalfinger. Ja, Mann. Ressling Fahrradtour. Eine Runde. Wie vor ungefähr sind wir losgefahren? 10.30 Uhr. Wir wurden ein bisschen nass. Wir schauen jetzt, dass wir uns kurz abtocken und dann geht es weiter. Wir sind fast lang noch ein paar Minuten. Zweiter Turm. Endlich geschafft. Wir sind am Badesee. Jetzt gehen wir gleich eine Runde ins Wasser. Ich hoffe, dass diese GoPro wasserdicht ist. Es müsste eigentlich wasserdicht sein. Ja, aber guck mal, hier ist auch dieses Loch noch. Schau mal. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Komm, wir gehen jetzt ins Wasser an. Wasser. Wasser? Ah, wahr. Geht. Kannst du nicht, Bruder? Ey, du bist ein bisschen lustig, Mann. Guck mal, was wir jetzt machen. Ich zähle bis drei und wir gehen rein, ok? Eins. Zwei. Drei. Aber er geht. Geht. Er geht noch, oder? Was ist los, Marcel? Kommst du, oder? Was machst du? Zwei Stunden Fahrrad gefahren und dann steht der Dark Harford. Komm. Woh. 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 Ey, du bist so lustig, Bruder. Woh. Bruder, ich kann nicht. Das ist schwer. Scheiße, wieso bin ich einfach reingesprungen im Bereich zu? Sprün doch! Ich weiß nicht was er macht, Jungs, aber... Irgendwas macht er! Oh, ich war fast ein kleiner Weg, aber wo hast du uns hingebracht? Heute ist vielleicht nicht der beste Tag dafür, aber... Aber ich glaube, da ist schon wasserdichte Kamera. Das soll so nicht kommen, ist der weich? Guck mal, wie leid, das ist schon weit. Und wenn du mal nach da bist, du kannst nicht einfach ans Ufer schwimmen. Das ist fast genau so weit weg, das Ufer dann. Ja, und du musst immer gleich schwimmen, gell? Darum merkst du, wie umso tiefer wir gehen, umso kälter es wird, kontinuierlich auf Atmung. Wir müssen einfach reden, Bruder, dann denken wir nicht mehr. Bruder? Was geht beim Kameraden? Was geht, Leute, Leute, Leute? Warte, gehen die Zahlen voran? Ja, ja, Bruder. Warte, nein! Doch, doch, geht nicht. Bruder, das geht laufen. Das geht. Dann gehen wir nachher gucken, wenn wir die Brücke, wir springen auf jeden Fall heute von der Brücke ins Wasser. Boah, guck mal. Hat es sich auf jeden Fall gelohnt, da hin zu schwimmen. Ja, Mann. Was geht, Leute, Alter? Was geht, Leute, Alter? Jetzt unangenehm auf den Steinenlauf. Wieder am Badesee hier. Was geht, Jungs? Neckartalfingen von Essling und Fahrrad. Gute Wetter noch, Evi Stahl. Ja, aber zuerst hat es geregnet. Und dann haben wir aber Glück gehabt. Es fällt Sonne jetzt. Eine Runde schwimmt. Kamera wasserdicht. Fert. Danke. Danke. Wenn du so fach, kannst du locker schnell, ja? Easy.